Musik 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 Ich bin jetzt der Rucksack hier stehen und wir gehen jetzt mal wirklich auf Kampftour Sehen wir warum Fleisch Musik 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 Ok, das war das Erste Musik 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 so na gut einen kleinen triumphium könnt ihr mir nicht verwehren nimm du mal bitte das ganze zeug was ich jetzt eh nicht brauche also klein würde ich das gar nicht abstempeln wo ist das Ritze hier muss doch immer das Ritze sein geht doch so hab schon noch erlegt und dann auf nach oben ich will natürlich alle tüten ich wollte jetzt nur 2 2 3 haben ähm der Rest bekommt der Nachwuchsnahme und trotzdem wieder genauso wie vorher und daher passt das schon so ich kann die Rucksack wieder aufsetzen so und die Bird Trap kommt wieder her aber leider habe ich gerade nichts für die Bird Töp ok so dann kommen wir mal die ganze oh das ist jetzt ausgegangen dann kommen wir das ganze Fleisch durch so lalalala lalalala kochen 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 klasse sooo sooo huch ich bring mal die Bären alle mit die Bären alle mit die Bären alle mit die Bären alle mit sagen oh das hätte ihnen ruhig andere Bären sein können momentan will ich ganz cool wegen Platz dass das die selben sind hier gibt mir mal ein bisschen Zeug wieder hier du Klauschwein du Klauschwein den kannst du haben so mach ich nämlich jetzt nochmal eine Axt und dann nimmst du mal hier noch das und das und dann geht es jetzt hier ab gegen die Bäume den ich brauche ganz dringend wiederholt für die Nacht so so 2 so Holz für die Nacht brauchen wir eigentlich reichen die Pien die Zapfen aus die Nacht so nipp 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 klack klack so so von dem Zeug hier mitnehmen so so 1 2 ach scheiße das ist 4 lalalalala lalalala lalalala oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was ist denn hier passiert nehme ich alles komplett mit so wie es ist nehme ich das mit oh mein gott ohne die Westwiese mehr gar nichts ah diese Weste scheint sie echt einen krassen Unterschied zu machen ok gut das merke ich mir so alles schön braten und klack und klack und klack und klack hui hui so na gut das hat jetzt ein bisschen was gebracht im Endeffekt ähm ok ich würde sagen in dieser Stelle meine Freude aber endlich auch mal die Aufnahmen weil das sind sieben Folgen wieder und wir sehen das ja beim nächsten Mal wieder meine Freude und ich hoffe dass wir diesmal mehr als 25 Folge äh 25 Tage schaffen bis dahin adios wir sehen uns beim nächsten Mal tadaaa und damit herzlich willkommen zurück zu let's play äh 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 wel cambien ähm äh ähh Daddy äh ich habe vier goldnuckets und keine boards goldnuckets bekomme ich daher na dann würde ich sagen unsere aktion geht es erstmal hoch wir holen sind alchemie tisch und ich habe mich mal ein bisschen belesen gehabt und zwar wollte ich mal wissen was ich sagen wollte und zwar wollte ich mal wissen wo man da noch kacke herbekommen und da sind mir zwei dinge aufgefallen also erstens man bekommt kacke auch immer ein piks grünzeug gibt dann kacken die auch ein kind nicht reingehörten kinder hat ein kind er hat als erstes und als zweites geht es ja hoch und er braucht natürlich ein lager auch von mir aus jetzt spaß mitnehmen unser zweites ist mir aufgefallen dass man wenn man diesen racer hat den 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 rasierer kann man die die bisons kann man die scheren das heißt ich brauche gar nicht töten sondern ich muss einfach nur scheren mit diesem ding ja und dann habe ich ganz einfach so dann folgen wir mal den weg nach oben denn der frütze tag ist schon rum und ich würde gerne ungern hier oben übernachten ich möchte einfach nur zwei gold haben oder bei mir noch 34 und dann hier verschwinden kurz schauen wir sind auf dem richtigen weg auf jeden fall stopp das will ich nicht nehmen die nehme ich mit und auch hier warum kann ich nicht mitnehmen das finde ich schade na gut digga den spitztag habe ich natürlich als einziges grad nicht super ähm ach doch klar ich habe eine gehabt ach scheiße oh la la moment da rein da rein so spitzhalte schnell verbrauchen dann kann ich gleich mal den spaß hier rein tun das brauche ich jetzt eh gerade nicht gut okay weiter geht's dann müssen wir mal die steine noch mitnehmen er weiß was ich noch brauche ja das zählt ja momentan ähm unsere ähm 25 tage zuschlagen wir haben diesmal kein ähm dings was wir nur schlucken können wir haben auch kaum ich glaube gar kein haben wir haben wir schon was gefunden gehabt ich weiß es gar nicht und es ist ja bald auch winter ne also sollte man schon ein bisschen beeilen die zeit bleibt uns nicht mehr ich werde jetzt die ganze zeit hier noch fahren und dann gehen wir morgen zurück mach mal so ich hole mir jetzt das zeug hier und dann gehe ich schon mal zurück und sollte ich es okay gut sollte ich es jetzt nicht schaffen dann schlage ich unterwegs mein lager auf oder ich laufe im fackel das kann man machen das ist mir eigentlich relativ egal da auch mit nehm ich mit nehm ich mit so immer gerade auslaufen mitkommen kleiner dann passiert ja auch nichts super sind wir auf dem weg wieder die bären nehme ich auch mit das da auch so viel zeit habe ich nicht mehr das ist ein bisschen schnell gehen ich glaube nicht dass ich das schaffe rechtzeitig nee das wird nichts da brauche ich viel zu lange oder oder lol ich kann mir nur so eins bauen na gut hätte ich vielleicht doch noch geschafft egal ok also wir brauchen auch noch brüffel scheiße zum zum wirtschaften unseres dings kann man es auch noch sammeln so dann nimmst du das mal hier so 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 so